1 hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge pokémon wundertausch nasslock challenge sind fast leer pokémon x mit balui die kekse ich will auch durch den aufzug du das ist so ätzend ich gehe hier lang ja ziehst du in die länge das war denn das für ein kreis das vorfeld erfasst ich und schwupps bist du hast du deinen letzten keks gegessen weg hat sie noch gesagt wo es kommen jetzt hast du gerade noch an platz eins weiß ich nicht schluck weg was ist das gift gift oder pikachu pikachu katzen warum kreis nach meinem fuß ich sitze einfach nur stimmen wird vielleicht einmal rausgehen sollen nachdem wir den kampf ja mit team flair boss gewonnen hatten das ist das was ist worte sinnlos wie sind los dämlich wie geduld so ähnlich ok katzen noch lebler kämpfen liegt mir eigentlich gar nicht so zu weinen bin ich auch schon mit atmen überfordert was ich wusste gar nicht was du ich hab mal irgendwo lesen muss eine million pokodollar zahlen um überhaupt bei team flair mitmachen zu können ja das problem ist nur welche vollidioten können sie eine million pokodollar leisten aber nicht mal wissen wie man atmet blöde vollidioten vollidioten halt überhaupt fällt oder laufen mir geht nur überhaupt fällt da ist eine mit brille eine vom vorstand wenn das mal nicht das faszinierende der faszinierende trainer vom karlers kraftwerk ist trainer ab in an Informer transform becoherin ja ja so trifft man sich also wieder genau wie ich es gesagt hatte programm Vad Guan ja na ja duw wir haben drei pro sagem colland trainiert das ist ein gleiches krott wie vorher was machst du denn da was für katzenhund wird mag der der magnaien ja was ist das hier wieder kraft kätztik ja haben denn die katze überhaupt gefressen nicht dass der irgendwo sonst sonst kommst du doch nicht so freiwillig das ist ziemlich gemein das ist dumm von der katze wie weh das tut deine tetanus impfung mal auffrischen halt hast du gerade gesagt die würden damit spielen und würden es nicht essen wir müssen ja aber ein interessanter trainer und augenscheinlich weit blitz sicher ist die rüpe die schüsse habe ich zwar nicht aber ich lasse dich trotzdem vorbei ist doch welche welches wortfeld ist es wohl welches wortfeld ist zu nehmen da hast du doch damals deine folge beenden wollen und bis aus der szenen aufs wortfeld aber ich weiß nicht mehr aufs grüne glaube ich wenn wir aufs gleiche wie du warum es war schlecht ja ich weiß dass dieses wortfeld was die ganz außenrum führt wenn er kämpfen will wenn ich gegen dich ordentlich auf den putz haue lobt mich der vorstand bestimmt auch mal ja wenn sie sonst für probleme haben außer gelobt werden zu wollen was für eine überraschung wir haben alle so tolle pokémon hallo garnebol tschüss schluckweig aber schluckweig hatten die jetzt nicht so oft in letzter zeit jetzt ja ja lauter an dies eine entwickelte an dies oder katzi ja leoparda ziemlich gut mit geile worte ich sowohl eine feenattacke als auch eine psychoattacke da bist du gegen alle pokémon die team flair hat eigentlich gut gegen tschüss katze besiegt arme katzi verflixt schließt dich uns an was nachdem wir ihn so platt gemacht haben warte willst du nicht da in den raum in diesen raum ja oh yeah geh doch hin ne musst du nicht da hin doch ich befürchte hier ist auch keine Spur von ihnen du da kannst du uns weiterhelfen wir suchen nach einem baumhohen kerl und das ist keine übertreibung er ist ungefähr so groß wie ein komplett ausgerolltes wie pietes lang ist und es kam zu euron dass team flair aus irgendeinem grund ebenfalls nicht im sucht ach das ist ja riesig mit team flair was mit team flair gut hat ist allerdings noch nicht klar ich habe hier übrigens etwas verdammt nimm das hier an dich bitte bei mir oh wow oh nein nein das lockt das hat ja gelohnt du bist ja eine intelligente ach Mist ich hätte eigentlich so tun müssen als kenne ich ihren namen nicht ich habe immerhin so geraten dass du so heißt eigentlich kenne ich deinen namen gar nicht wow das war gut wird eigentlich irgendwann mal aufgelöstet wer die beiden waren weiter im text ja klar ein gewisser professor hat uns geschickt um team flair das handwerk zu legen du bist aus dem selben grund hier stimmt's setz dich keinen unnötigen riesigen aus okay du denkst du mal was da unten was süßes drunter ist doofen katzen hui so scheiß scheiß rollerei ne ich weiß jetzt schon nicht mehr wo ich bin und wo ich herkam ja super oh hier kann ich mich heilen da liegt was belebbar ha ha ich hab's gewusst um es zu wissen ja klar in der kaserne von ja natürlich mach ich auch mal beim team flair einfach so hallo hallo wie geht's du musst gleich sprechen ich würde jetzt nichts trinken gibt's denn sowas warum trinkst du denn nicht das geniale outfit von team flair ah verstehe du willst du nicht dass es im bett falten schlägt habe ich recht aha okay können wir einfach gehen nein ich will mit ihr noch reden tuta warum musterst du das blitz so intensiv hast du etwa vor dich aufs ohr zu hauen kennst du noch was kennst du dich mit dieser tm aus ach wer will denn diese tm haben die schaden durchzufügen durchfügen durchfügen jetzt wird gepflegt gekämpft oh man oha mal gucken was schluck weg ne cryopada miss und danach schluck weg was macht denn die katze da in meinem fuß kannst du das lassen die sucht nur lecker die hat's gemacht tschüss warum haben wir diese katze unlicht ist sie ist gar nicht wie unlicht aus diese süße kleine katze und jetzt schluck weg um mich level weiter entwickelt sich bald ja mag nein auch unlicht hallo für wir nicht die vorentwicklung mehr da muss ich aufpassen darf ich spoilern kann ich noch nicht stimmt okay bei der namen weg tschüss dämlich katzen du hast das leckerli darunter rausgezogen sie hat gerade ein leckerli und das klavier geschmissen verhaut euch jetzt gepflegte trauer ist jetzt angesagt ich hoffe das hört man nicht die machen immer so geräusche die katzen könntet ihr das machen ab da hinten los nicht hier vom mikro ihr dosen das war absicht ruhe jetzt wir nehmen auf wir haben doch wieder fünf ja stimmt das ist wieder fünf minuten zeit ich hab's vergessen ich würde dich gehörig um herwirbeln also wäre auch ganz toll wenn du das nicht auf meiner konsole machen würdet ihr spinner raus da die katze oh das ist ein neues eine hundermann ist aber auch unlicht ja wow das hat jetzt extra wiedergekommen haust du mir ab 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 nee du sagst mich an ab 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 was ist das ab alles war da war ein leckerli unter dem klavier das hat sie schon geholt und wir haben noch eins ja ist doch gut du hast doch schon was da drunter weil die kann doch so dumm sein das ist auch unlicht nein es gibt ja deswegen ach so immer gift oder unlicht deswegen immer gardevoir so langweilig oh feuer wirbel ist nicht gut nein nicht ja aber feuer und wirbel das klingt stark das ist wie whirlpool nur mit feuer ach so die niederlage juckt mich nicht auf mich wartet eine welt der schönheit ja ja wir sehen ja auch schon schön genug aus ich finde wir haben fast ein outfit wie team flair ja nur ein rosa äh ich hasse diese arena au bist du gerade gegen meinen fuß gewarnt das ist eh das beste hier und wow die auswahl die wir haben ich bin durcheinander lauter ich habe auch hier ausgetrickst geht doch meinen raum da unten oder weiß er ist nichts Also das kann ich dir auch nicht sagen, aber sie ist jedenfalls nicht die Team Flair. Los, machen wir sie fertig. Ja, machen wir das. Ich darf immer zuerst. Machen wir jetzt einen Doppelkampf? Nee, ich glaube nicht. Kaluna. Warum haben die denn diese dämlichen Visors? Kacke. Ein Voltenso, da ist er gerade mal jetzt nicht so gut gegen. Aber auch nicht schlecht. Nicht? Was macht ihr denn da an meinem Fuß die ganze Zeit? Ob das denn eine gute Idee war, diese Fernsehschränke zu kaufen? Die sind super für Katzen. Kannst du oben drüber, in der Mitte durch oder ganz unten runter her. Ich sehe schon... Blablab, blablab. Ja, super. Pion Draghi, was ist das denn? Sieht ihr gleich. Drache. Okay, mir hätte es schon bei Pion, hätte es ja auffallen sollen. Pion Scora oder Pion Draghi. Was? Miri? Warum war das gerade... Warum hat das nicht funktioniert? Was ist denn das außer Gift? Boden? Ist das Unlicht, Gift? Warum? Ja, wie warum? Ich dachte, das wäre nur Gift. Sorry, ich kann nicht mal nachgucken. Warum nicht? Weil der Browser sich nicht öffnet. Das ist scheiße. Schon irgendwie etwas. Das ist aber gut. Wie kann denn das passieren? Kamerobt, lass dich doch nicht vergiften. Oh Mann. Jetzt muss ich erst mal die Vergiftung wegnehmen eigentlich. Kriegst du es nicht mit einmal weg? Los weg da, Katze. Katze! Ab! Ja, okay. Also es ist aber ziemlich langsam gewesen. Ja, schon. War knapp wahrscheinlich. Das war aber, dass Pion Scora wäre fast gestorben. War Pion Scora? Aha, schon wieder verloren. Was sind wir nur für Nieten? Tja, aber eigentlich darf ich jetzt. Mensch, du ungezogenes Kind. Hast du denn kein Mitleid mit Kanuna? Na gut, dann beenden wir in dieser Folge die Stelle. Ja, in dieser Folge die Stelle. In dieser Folge die Stelle. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet morgen den Daumen hoch. Und gebt einen Morgen wieder einschalten. Ja, mach gut. Tschüss.